Die Kamera Als Nachfolger der letztjährigen Fujifilm Finepix F800EXR hat Fujifilm die F900EXR vorgestellt. Optisch gibt es dabei keine Unterschiede, denn das Kameragehäuse hat sich nicht verändert. Es liegt dank des teilweise gummierten Handgriffs trotz der kleinen Abmessungen gut in der Hand und macht einen guten Eindruck. Wie bei allen Reisesoom-Kameras spielt bei der Finepix F900EXR das Objektiv eine große Rolle. Ihr 20-fach Zoom von Fujifilm besitzt eine kleinbildäquivalente Brennweite von 25-500mm und deckt damit einen sehr großen Brennweitenbereich ab. Die Lichtstärke fällt mit F3,5 im Weitwinkel und F5,3 im Telebereich etwas besser aus als bei der Konkurrenz. Auf der Kameraoberseite hat Fujifilm den Ein- und Ausschalter, eine Infrarotschnittstelle, den kombinierten Fotoauslöser und Brennweitenregler und eine Fn-Taste positioniert. Leicht schräg wurde das Programmwehrrad angebracht. Der integrierte Blitz wird über eine Taste auf der linken Kameraseite ausgeklappt. Die rechte Seite der Digitalkamera beherbergt hinter einer Klappe den USB- und den HDMI-Anschluss. Auf der Rückseite der Fujifilm Finepix F900EXR liegt das 3,0 zur große und mit 920.000 zu Pixel hochauflösende Display. Des Weiteren liegen hier eine Taste für die Bild- und Video-Wiedergabe und zum Aufnehmen der Videos. Außerdem bietet auch das Steuerkreuz- und Einstellungswählrad verschiedene Zugriffsmöglichkeiten. Zudem lässt sich auf der Rückseite das Display konfigurieren und mit der EFN-Taste werden weitere Funktionen direkt erreicht. Diese Funktionen lassen sich frei wählen und erlauben damit eine gute Individualisierbarkeit der Kamera. Da die Fujifilm Finepix F900EXR ein WLAN-Modul besitzt, können Bilder drahtlos auf ein Smartphone oder einen Tablet-PC übertragen werden. Dafür muss auf diesen eine spezielle App von Fujifilm installiert werden. Danach können das Mobilgerät und die Digitalkamera verbunden werden. Neben der Möglichkeit, einzelne Bilder zu übertragen, lassen sich die auf der Kamera gespeicherten Bilder über die App auch ansehen. Auf der Unterseite der Digitalkamera liegt das kombinierte Akku- und Speicherkartenfach mit dem 1000 mAh starken Lithium-Ionen-Akku und dem Slot für die SD-Speicherkarte.